Ja, das ist der Tanz Satsiki. Äh, Quatsch, Siataki. Und wir kochen heute Siataki. Nein, wir kochen Satsiki. Heute gibt es mal Satsiki. Wir nähern uns so ein bisschen dem mediterranen Tomaten auf dem Strich. Wir sind also jetzt schon mal in dem Mittelmeer in Griechenland. Heute gibt es also Satsiki. Ja, was machen wir ganz einfach? Wir starten mal den Kochvorgang. 400 Gramm Salatgörke. Hier sind sie. Die Gürkske, ne? Die kommen hinter Dörr. So, Salz, Teelöffel ungefähr. Was meinst du? Du kannst mal die Batterien wechseln. Idiot. So, drauf und jetzt geht es weiter. 3 Sekunden auf Stufe 5. Das werden die Gürkske. Hab und Beraterin. So. So sehen die aus. So. In den Gareinsatz setzen und für 10 Minuten abtropfen lassen. Damit hat jetzt keiner gewäschen. Das heißt, wir sehen uns dann in 10 Minuten wieder. Scheiß Dreck da. Das schön ist, in der Corona-Zeit wird man auch zum Alkoholiker, falls man es noch nicht ist. Alleintrinken macht dich dumm und hässlich. Ja klar ist doch auch was. So, drei bis vier Knoblauchzehen. Wir haben keine Knoblauchzehen, wir haben ja unsere selbst gemachte Knoblauchpaste. Drei bis vier Knoblauchzehen heißt drei bis vier Teelöffelchen, weil ein Teelöffel ist eine Knoblauchzehe. Mehr ist besser, brauchen wir nicht. Mixen brauchen wir es auch nicht, ist ja schon klein. 400 Gramm kiesischer Joghurt, den haben wir hier, mit zehn Prozent Fett, muss ja schmecken. Was ist denn jetzt mit der Gurke? Die kommen gleich. So, geht noch ein bisschen. Guck mal, noch 13 Knoblauchzehen. Wunderbar. Siehst du, das ist ja nichts. Hast du toll gemacht, gell? Zwei Esflüffel sauber, da haben wir das Rezept, aber Tante Beppi nimmt Schmand, weil das ist für den Geschmack auch nicht schlecht. So, soll ja schmecken. Bissi Salz. Da ist kein Padre mehr drin. Doch, halt doch mal Ruhe. Und zwar der Pramp ist schön vermischt. Was mit der Gurke? Ich komme noch. 15 Sekunden. Kalinista. Ne, Kalinero. Ne, Jamas. Oder was weiß ich. So, jetzt zugeben die Gurkenstücke. So, die Gurkenstücke. 5 Sekunden weiter auf Stufe 3,5. Jetzt wird es wieder gemischt. Hier steht zwar jetzt mit Oliven dekorieren, mit Olivenöl beträufeln, das kann man machen, aber Oliven gehen bei mir gar nicht. Und weder im Fresse noch im Trinken. Und hier ist es ein Zicky für heute Abend. Also für jetzt. Also für jetzt. Wir lassen es uns jetzt schmecken und wir sehen uns bald wieder. Vielleicht mit dem mediterranen bewahrten Aufstrich. Oder nicht. Oder nicht. Bis dann. Tschö. Applaus